Frage Von den rechten Gästen Wenn du ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, nein, lade, bitte ergänzen. Antwort Dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Von den rechten Gästen Dann sagte er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolden. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten.